unsere leute sind wie sterne in der galaxis verstreut was sind wir wofür stehen wir als mandal oriana lernt man nicht nur wie man kämpft sie müssen auch wissen wie man durch die galaxie navigiert dieser weg du wirst nie verloren gehen ich gehe nach mandalore damit mir meine übertretungen vergeben werden das ist der weg da draußen passiert etwas gefährliches und zu der zeit wird es groß genug für sie um zu handeln es wird zu spät sein was das ist der weg des antichristen handlung das einzige licht nachdem die welt ins chaos gestürzt ist ist ein charmanter neuer führer der an die spitze der uno aufsteigt aber bringt er hoffnung auf eine bessere zukunft oder ist es das ende der welt